Geschichten Geschichten hütt anse Geschicht Nummer 27. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir nun wieder davon verteilen wollen, wo die Melendische Schaffte in San Antonio de los Arenales und Chihuahua in den Jahren von 1922 bis 1927 mal sehr böse und stöhnen werden und wo wir in den 90 Jahren untergehen mussten. Vielleicht verteile ich von Lothar auch noch mal. Aber nun wird es gewünscht, dass ich erst mal etwas von zwei anderen Geschichten anse Geschicht verteilen soll. Eine Geschichte, von wo man wünscht, dass ich dort etwas verteilen soll, ist diese. Wo derich und wo entstund 1922 dort MCC störe oder dort Elmer Melonite Community Store in Elmer, Ontario. Und die andere Geschichte, von wo ich gewünscht wird, dass ich dort verteilen soll, ist diese. Wo er neuer, wo und wo derich das sogenannte Landkort von den Melonitischen Kolonien in Darpa oder an der Quoctemoc am jähend an Chihuahua mal entstanden ist. Und ich will dort nun versägen, so gut wie ich dort kann. Aber wo noch von diesen beiden Geschichten soll ich das erste verteilen? Weil ich noch nicht ganz alles bereit habe zum verteilen, wo der Landkort von unseren Melonitischen Kolonien in San Antonio oder an der Quoctemoc am jähend an Chihuahua in Feierstaupen entstanden ist. Weil ich erst wort davon verteilen, wo uns an der Zeitstuh in Elmer, Ontario entstanden ist. Nur meinem darf erholen, ist das eine so wundervolle Geschichte. Dort wird es abzuschrieben und geschichtlich abzubewahren für unsere Nachkommen. Denn auch die wichtigsten Erregnisse an unserer Geschichte oder auch an der ganzen Menschheitsgeschichte Geraden schien, wo immer weiter schwinden und verjeten hat. Und ich glaube, unser Melonitische Junge Lied, Jugend in Schengen, weiß noch nie nichts oder wenigstens mal sehr wenig davon, wo viele von unseren Meloniten 1922, 1923 und 1924 gearbeitet haben. Nicht mehr dort in Elmer ein MCC-Stuhr geben können, aber auch dort wie Meloniten von Mexiko im November 1922 die Gastgeber werden für die MCC-Ontario jährliche Meeting und an unsere zwei MCC-Ütrups an 1923 und 1924. Aber wenn ich eine Worte von dieser wundervolle, lobenswerte Geschichte verteile, dann werde ich so wenig wie möglich Nomen erwähnen. Denn das sind so sehr viele von unseren Meloniten. L-Kolonier, Sommerfelder, I am MCC und I am MCC, wo in diesen Jahren, oder wo in diesen Jahren, sehr begeistert daran mitgearbeitet haben, dass ich doch lange nicht mehr alle Nomen sagen kann, wenn ich damit anfangen würde. Und da werden, weil ich leider nicht mit Nomen anfangen würde. Denn ich würde dabei nicht irgendwem ausloten werden. Und nun wird von dem Anfang vom MCC-Stuhr in Elmer, Ontario, und wird gewünscht, dass die Geschichte von dem Entstehnen von dem MCC-Stuhr in der Stadt Elmer in Ontario verteilt worden soll. Und ich will da nun versägen zu tunen. Ich will hier nun kurz, nach meinem besten Verstehnen, von diesem wundervollen Ereigniswort verteilen. Und heute, so wird es auch die Einzelheiten von unserem damaligen Toparbeiten in Elmer noch verstehen, und das ist auch die Einzelheiten in Erinnerung. Aber weil ich von lange nicht alle damalige Meetings kopieren habe, kann ich mich nicht mehr alle Einzelheiten trägen in Erinnerung rufen. Von den vielen Meetings, wo ich wie ein Elmer von Juni im Monat an, bei dem einen vom jahrneinigen zwei Tagen, das ich gehört habe, fing ich lange nicht von allen Protokollen kopieren. Aber ich will, über die Protokolle, oder über die Minutes, wo ich noch habe, eruitnehmen, was ich kann, und will hopen, dass ich mich dadurch noch genügend Trägen und Gedächtnis rufen kann. Um mir so verständlich ausmählich zu verteilen, wort ich das um sehr trocken Sommer in den Hofst, oder in der Elmer umgehen passiert ist. Und auch von wo so viele von unseren Mennoniten in den drei Tagen, in den vier Tagen, in den vier Tagen, die ich daran georbert habe, dort werde ich zwei sogenannte MCC-Ütrups ja da sammeln können. Aber von nur in den drei Tagen habe ich noch viel weniger Kopien von unseren vielen Meetings. Wahrscheinlich erwis, oder recht gesagt selbstverständlich erwis, will ich dann wiederhören, wie lange nicht alle Meetings mitgebracht sind. Ich will hier nun erstens mal davon etwas verteilen, wo dort mank unsere Mennoniten in den zwei Tagen dich zu einem Anfang gekommen ist, nicht mal mit dem MCC-Stuhr, oder Elmer Mennonite Community Store in Elmer, aber auch davon, wo wir auch kolonier Mennoniten von Mexiko in Elmer, wo wir auch zu feierverschiedenen Kirchen oder Gemeindengeherden, top anfangen wird, für das MCC zu daunen. Wo viele von uns in den zwei Tagen letztendlich monatelang die Anschauften in MCC-Stuhr anfangen zu kennen. Und wo noch vielmehr von uns im selben Jahr auch noch daran die Arbeit haben, dort wie Mennoniten von Mexiko reit waren können, am am nächsten 20. und 21. November zum ersten Mal die Gastgeber für der MCC Ontario jährliche Meetings sein zu kennen. Ich weiß über auch, dass ich dabei vielleicht einige wichtige Sachen nicht verteilen wollte, weil ich mich auch mit meinen besten Wellen nicht mehr alles trägern und Gedächtnis rücken konnte, von mir aus 20 Jahren träg. In Dörbergen wollte ich daran werden, dort wenn irgendwer von den vielen Menschen mitarbeiten, dass ich wichtige Einzelheiten und diese und so wundervolle Geschichte nicht verteile, dass sie mich dann sehen, würde sie denken, dass ich das auch heute verteilen sollte. So können wir dann vielleicht auch diese Einzelheiten noch wenigstens an der geschriebene Geschichte in den Arbeiten abgeworfen. Wo oder wodurch fängt das alle an zu passieren? MCC Ontario hat an Elmer eine Arbeit angefangen, da ich wohnen sei, die viele von Mexiko gekommene Maroniten halb in ihrer Citizenship oder Immigrant-Papieren vor dich mögen zu können. Prediger David Friesen in seiner Früh Helen von Saskatoon, Saskatchewan, die hat in dieser Arbeit an der Elmer MCC Office auf. They resigned. Und dann überreden Bill Janssen von der MCC Canada Office in Ottawa und Ray Schlegel, der Direktor von der MCC Ontario Office in Kitchener, dort habe ich diese Arbeit an Elmer übernehmen. Und als meine frühen Ektar näher in den Tagen, die ich am Oktober-Noel mal gekommen wäre, und ich dort die MCC Arbeit übernehmen, wo eine Prediger David in Helen Friesen dort angefangen hat, dann sehen meine MCC Ferienseide mich ungefähr so. Die sollst bitte die Arbeit, die von Mexiko gekommene Maroniten zu halten mit Citizenship und Immigrant-Papieren merken, auch noch so viel ausmählich versägen jenen Maroniten damit bekannt zu merken, wortet MCC erst, wortet MCC dort, wo alle ihre Arbeit finanziert wird, und wo MCC nicht mehr in Ontario, ob auch in viele verschiedene Länder in der Welt ob verschiedene Wege versägt, Menschen zu halten und so wieder. Wie es David in Helen Friesen all so schwind ausmählich von ihrer MCC Arbeit zurücktreten wollen, wir damals all nicht genug Zeit, um mir auch die gewöhnliche, rechtmäßige Orientierung zu geben, wo eine MCC-Arbeite gewöhnlich kriegen, eure sehrere Arbeit anfangen. Und da wählen wir meine Orientierung ganz kurz diese. Meine MCC-Ferienseide, der MCC-Ontario-Direktor Ray Schlegel und der MCC-Canada-Ongestelle in Ottawa, die sagen sich mit mir zu planen und unterrichten mich ungefähr so. Die Arbeit an der Ilmer MCC-Office soll hauptsächlich diese sein. Die sollst du von Sieden und Ontario gekommene Maroniten damit halten, dort sei, wenn das möglich ist, ihre Citizenship, ihre Birge reichte oder ihre Immigrant-Papiere und was erst noch mit einem legalen Status verbunden ist, vor dich kriegen. So dort sei, wenn sie hier in unserem Land wohnen, alle legalen Status haben können. Und wenn du diese Lieder damit halbst und die, die dabei vielleicht freuen waren, wo sie die schuldig sind für die Halpen, dann sollst du an bei dieser Gelegenheit sein, dass du deine Arbeit von dem MCC betont kriegst und dass sie die nicht schuldig sind für die Arbeit fahren. Wieder sollst du von der Gelegenheit oder Vergift auch sagen, dass das Geld, womit das MCC ihre Arbeit hat betont, alles freiwillig gegegeben sind. Gegeben, die einzelne Menschen entweder direkt dem MCC geschenkt haben oder von Menschen geschenkt und dann dem MCC durch unsere Kirchen und andere Organisationen zugeschickt worden sind, wo wir auch teilnehmen wollen an der Arbeit, wo wir die MCC mit Menschen helfen, nicht nur in Ontario, aber auch auf verschiedenen anderen Städten in dieser Welt. Und wenn du die Lehrenheit gehauen hast, Menschen dort zu sein, dann sollst du auch noch sagen, dort, wenn sie sich dort leisten können, dann sollen sie dem MCC vielleicht mal Wort geben für die Hilfe, wenn sie von der MCC-Office in Elmer gekriegen haben. Und auch dort, wenn sie sich dort nicht leisten können, für diese Arbeit wird zu betont, dann sollen sie sich dort nicht schlafen, wenn sie umsonst gehalten worden wären. Ich musste der MCC-Office in Elmer immer auch einen Abend in der Werk aufhaben und dort meine Arbeit dauern, sodass, wenn Menschen, wo noch jeder Arbeitsdach in der Werk arbeiten mussten, dort wenigstens an einem Abend nur halb kommen können. Und ich habe noch mal gut ein Jahr an der Elmer MCC-Office gearbeitet, dann kämen an einem so einen Abend zwei oldkolonische Vorsteher noch mich in der Office und fragen mich ganz einfach diese Frau. Wo würden wir meine Nieten hier in der Elmer-Arm-Jähe in Tjannen zu einem eigenen Altenheim kommen? Wo würden wir dort könnten angehen, dass die Regierung uns damit halten würde, und so wieder. Ich besann mich in Bet über diese große Frau und dann sehe ich diese Männer ungefähr so. Wenn wir meine Nieten mit so einem großen Unternehmen anfangen wollen, und da wir dann noch wollen erwarten können, dass die Regierung uns damit halten wird, dann würde wir hier in unserer Umgebung vielleicht doch erst irgendwo mit Schlander-Unternehmen bewiesen werden, dass wir Eulcolonier, Sommerfelder, IMM-Seier und IMS-Seier alle Taub dort lernen können. Und dann früher in der Semana wieder. Wo würden wir hier zum Beispiel erst Taub daunen machen oder daunen kennen? Und ich antwort an ungefähr so. Wenn wir Mennoniten von Mexiko, Eulcolonier, Sommerfelder, IMM-Seier und IMS-Seier hier in Ontario Taub daunen lernen wollen, dann können wir alle Taub vielleicht auch da daunen, was Mennoniten in Manitoba taub daunen. Und dort die Manitoba-Mennoniten von all die verschiedenen mennonitische Gemeinden arbeiten alle Taub an ihre MCC-Stuern. Und wenn wir Mennoniten von Mexiko hier in Elmer erst mal bewiesen werden, dort wir alle Taub daunen können, dann soll wir vielleicht auch erst mal taub mit einem MCC-Stuern anfangen. und daunen proldeig daunen die Mennoniten von verschiedenen Korken in Manitoba, ab so ne Städten aus Winkler in Altona, als seiergaut haten taub arbeten geliert, dadurch, dort sei alle taub seierviel freiwillige arbeten an MCC-Stuern daunen. Und dort sei durch diese Stuern seierviel Geld aneimen für MCC-Notländerungsarbeten in viele verschiedene Länder. und so wieder. Wie der Proldeig an jenem oberen Dormert, dort sei ein Taubarbeten an einem MCC-Stuern in Elmer auch der rechere Lied an der ganzen oberen Dormert halten können, dort sei ihre Sachen nicht einfach weisschmieden und ab dem Mellacker vierenloten brückten, wenn sie den nicht mehr brücken wollen. Aber dort sei eine Lied, wenn sie ihre Sachen loswerden wollen, dem MCC-Stuern die geben können. Und das MCC-Stuern kann dann viele oberen Lied damit halten, dass sie gode Sachen billig kaufen können. Und dort, wenn auch in Elmer alle MCC-Stuern Arbeit ohne betont worden worden, und alle Sachen ohne betont gebraucht worden worden, dann kann das auch hier sehr viel Geld anbringen für das MCC zum oberen Menschen in oberen Ländern. In Bovenern sieht ich, je viele ältere Frühjahrs, und auch meiner, dort sehr gut, wenn sie wenigstens an einem Tag in der Wege taub wird daunen können, und sie sich immer lang willen. Ich habe diese Vorsteher niemals gefragt, ob das für einen Sinn gemerkt hat, was ich zu einem und einem gesagt hat. Oder wird sie von meiner Meinung an diese Sache gehauen haben, und so weiter. Aber ich weiß bloß, dass ich von diesem Abend an immer war da, wenn ich bei Clarks oder bei Johnnies mit zwei oder drei Männer taub am Kofferdash saut, da mit Prold wird die verschiedenen Merniten in so einer Städte aus Winkler in Altona taubteiden ein, in der ich MCC-Stuern. und ich prolde dann wieder damit, was wir Merniten von Mexiko und Ilmar alles würden taub daunen können, in der ich eine gemeinsame Arbeit an einem MCC-Stuern und so wieder. Ich dauere das so lange, aber einmal ein Mal, wenn ich mich einfach mal an unserem Kofferdash sehe. Na, George, wann ich mal abhören, mit bloß einmal puchen, was wir alles taub daunen können? Wann ich mal anfangen, da mit taunen? Und es steht immer bloß puchen mit, was wir alles würden daunen können? Ich weiß auch nicht mehr, wer das Mann wäre, aber wer immer das wäre, das Mann hat mich mit seine Frau abgeweicht, und nach einer ganz kurzen Besinnung antwort ich ihm ungefähr so. Dankeschön für deine Frau. Das ist eine gode Frau. Aber die Frau weiß ich nicht, wann er ich mit dieser Sache daunen war. Denn ich war damit noch stöhnen. Die Frau ist vielleicht, wann er war wie Feiermannern, die wir hier an diesem Tisch sitzen, mit noch anderem Mannertub anfangen damit zu arbeiten, dass wir hier zu einem Anfang kommen können mit einem MCC-Stuhr. Ich weiß nicht mehr, wer von diesem Tag an alle geholfen hat, dort wie mal Menschen zu bekommen wollen zu einer ersten Meeting. Aber ich weiß noch, dort nehmen wir sehr lange Zeit, dann haben sie ein paar Lieder am 21. Juni 19, zwei Tage, ihre erste Meeting, um dort zu reden, auf oder wo, wie mit einem MCC-Stuhr in Elmar anfangen wollen. Und ich verwundert mich an diesem Abend, wo weit diese Lieder alle wären, daran mithalten zu wollen, dass wir mit einem gemeinsamen MCC-Stuhr in Elmar anfangen können. dieseselben paar Lieder wurden sich an diesem Abend daran einig, dass sie während dem nächsten Weg Raumfrauen wollen, auf in wo passende Gebiete in Elmar entweder zu rennen oder zu Keipen sind. Und dann bereden sie, wir wollen am einen Weg Wadertopp kommen und wieder daran planen, wo die Elmar am einem MCC-Stuhr in Elmar zum Anfang kommen können. Hier brechen wir auf für das Mal. Nächstes Mal nach Mai von Wadert MCC-Stuhr in Elmar Ontario 1982 entstanden ist und von unserem ersten Mal MCC-Ontario Jahrliche Meeting, Gastgeber, Sennen und so wieder. Vat nächstes Mal ich Sie George Rempel. und so wieder eine folanten sich versteckt. Untertitelung des ZDF, 2020